Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Multikraft. www.multikraft.com Bereits zum zehnten Mal fand in der Sichtbar in Grieskirchen eine vollschräge Partynacht statt. Organisiert wurde das Ganze vom Roundtable 34. Roundtable ist ein Serviceclub für junge Männer bis 40 Jahre. Wir spenden unkompliziert für junge Familien in der Region. Und richten so ein Charity-Event aus, dass wir Spendengeld lukrieren. Das Motto dieser rauschenden Partynacht war, passend zur Oscar-Verleihung, Hollywood. Eine vollschräge Nacht der Stars. Neben dem Feiern diente dieser Abend aber auch einem karitativen Zweck. Die Veranstaltung ist mit einer Spendensumme von über 23.000 Euro das größte Projekt, das wir haben. Wir organisieren das ganze Clubjahr lang. Wir sind ein eingespieltes Team. Und vor allem bei der Sponsorensuche und so weiter hat jeder Einzelne natürlich einiges an Arbeit. Sponsoren sind Firmen, Unterstützerinnen und Unterstützer, die einfach sagen, okay, das was wir da machen, das ist uns wichtig und wir wollen das unterstützen. Zum einen finanziell, aber zum anderen sind die Leute auch da und das ist wichtig, dass sie mitfeiern mit uns. Also wir haben so gemeinsam für das Gute einen Spaß. Was gibt es Schöneres, wenn wir etwas zurückgeben, der von gerade bei solchen Veranstaltungen, wo man eben auch Freunde trifft, das ist ein doppelter Nutzen. Also besser geht es nicht. Und das ist auch von HT1-Intention, wir wollen die Region weiterbringen und wenn wir da jetzt bedürftigen Menschen helfen können, dann ist es natürlich eine Freude. Also das ist dann eigentlich die Motivation. Man sieht dann wirklich jeweils in der Situation, dass man da jetzt schon geholfen hat. Es gibt Leute, denen geht es gut und es gibt Leute, denen geht es nicht so gut. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass denen, denen es gut geht, ab und zu solche Veranstaltungen gemacht werden, dass man an denen denkt, denen es nicht so gut geht. Und wenn dann so viel Geld gesammelt wird wie beim Vollschräg, dann hat man wirklich viele Möglichkeiten, diesen zu helfen. Viele Möglichkeiten zum Verkleiden bot auch das Hollywood-Motto. Neben Stars und Sternchen aus dem Showgeschäft stand sogar die Oscar-Statue auf der Gästeliste. Ich stehe für Hollywood, schon sehr lange Zeit und ich werde auch die Zeit Hollywood überdauern. Bereits zehn Jahre hat es nun auch das Vollschräg schon überdauert und ist damit ein Fixpunkt im Kalender für viele der begeisterten Partybesucher. Also ich war schon mal öfter auf dem Vollschräg und es ist sicher in Grießkirchen die Faschingsveranstaltung des Jahres das Beste, was es gibt. Es ist eine sehr nette Atmosphäre, lustige Leute, coole Kostüme. Ich bin sehr begeistert und bin wirklich sehr gespannt, was der Abend da bringt. Und gemäß dem Hollywood-Motto The Show Must Go On wurde noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt.